Ein wenig wehmütig wird man fast, wenn man einen Blick auf die royalen Kinder der europäischen Königshäuser wirft. Viel zu schnell sind sie groß geworden. Noch ein paar Jahre, dann werden auch sie königlichen Pflichten nachgehen, einige von ihnen tun es bereits. Wie groß die Sprösslinge der neuen Generation von Royals mittlerweile sind, zeigen wir euch jetzt. Kaum zu glauben, aber Prinzessin Leonor und Sophia von Spanien haben sich in den letzten paar Jahren extrem verwandelt. Heute sind die Töchter von König Philippe und Königin Letizia zu hübschen jungen Damen herangewachsen. Als Kronprinzessin übt sich Leonor sogar als Rednerin bei öffentlichen Terminen. Sie zeigt schon jetzt, dass sie in Zukunft das Zeug zur Königin hat. In den Niederlanden werden die Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane langsam erwachsen. Vor allem Amalia hat sich sichtbar weiterentwickelt. Die Kronprinzessin präsentiert sich immer mehr ganz ladylike in edlen Ruben und tut es ihrer Mutter Königin Maxima gleich. Auch hoch im Norden ist der royale Nachwuchs groß geworden. Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen ist kein Teenie mehr, sondern eine junge Frau. Sie wird sich in den kommenden Jahren auf ihre Ausbildung konzentrieren, hat aber bereits ein eigenes Büro im norwegischen Königspalast. Wie erwachsen sie nur ist? Ihr jüngerer Bruder, Prinz Vere Magnus, ist so gewachsen, dass man ihn fast nicht wiedererkennt. Mit seinen längeren, blonden Haaren und der coolen Brille sieht er viel älter aus. Die britischen Royals haben ihre Thronfolge auch gesichert. Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis werden immer größer. Der kleine Junge von damals, der Prinz George einmal war, ist seinem Vater Prinz William wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch in Schweden gibt es viel royalen Nachwuchs. Die Ähnlichkeit der Kinder von Kronprinzessin Victoria und Daniel ist unglaublich. Prinzessin Estelle von Schweden und ihr Bruder Oskar sind gar nicht mehr so klein, wie man sie in Erinnerung hat. Sie sehen aber immer noch super süß aus. In Monaco bleibt die Zeit auch nicht stehen. Die Zwillinge Jacques und Gabriela hören gar nicht mehr auf zu wachsen. Die Kinder von Fürst Albert und Fürstin Charlene waren oft im niedlichen Partnerlook zu sehen. Nun wollen die beiden aber wohl ihren eigenen Kopf durchsetzen. Prinz Christian zu Dänemark ist der Sohn von Kronprinz Frederik und Mary zu Dänemark. Über die Jahre hat er sich sehr verändert. Aus ihm ist ein junger Mann geworden. Seine Geschwister Prinzessin Isabella, Prinzessin Josephine und Prinz Vincent haben es ihm gleich getan und sind richtig groß geworden. Aus ihm ist ein junger Mann. 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 Vielen Dank.